Hallo und willkommen beim Tutorial Audio Bouncing in Bitwig. Ich erkläre dir, wie du Bouncing Plays, Bounce und den Audio Export in Bitwig benutzt und natürlich die entsprechenden Details dazu. Legen wir los! So, ich habe hier schon mal eine MIDI-Spur angelegt mit einem MIDI-Clip. Dazu hier unten ein Instrument, ein Polysynth und zwei Effekte, nämlich einen Reverb und einen Delay. Und das Ganze klingt im Moment so. Sehr weltweit verdächtig. So, es gibt jetzt viele unterschiedliche Gründe, warum ich daraus jetzt ein Audio machen möchte aus diesem MIDI-Clip. Ein Grund könnte sein, dass meine CPU schon so belastet ist durch die wahnsinnig vielen Spuren, die ich da schon habe oder ich einfach grundsätzlich lieber mit Audio arbeite. Da bietet Bitwig jetzt mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die wir uns hier anschauen, ist die Funktion Bounce in Place. Die erhalte ich, wenn ich hier einen Rechtsklick auf den Clip mache und dann hier unten Bounce in Place auswähle oder eben Analog-Steuerung-B, was hier als Ctrl-B angezeigt wird, klicke. Wenn ich das mache, dann erhalte ich hier einen Audio-Clip aus meinem MIDI-Clip heraus. Was jetzt passiert ist, ist, dass die MIDI-Spur hier in eine Hybrid-Spur umgewandelt wurde. Das sehen wir an diesem Zeichen. Das ist jetzt nämlich eine Audio-Datei oder eine Wellenform und eine Klaviatur. Das heißt, diese Spur kann jetzt MIDI-Daten und Audio-Daten verwenden. Gleichzeitig ist aus den MIDI-Daten jetzt natürlich der Audio-Clip entstanden. Und dieser Audio-Clip enthält quasi den Audio-Output nur von diesem Instrument hier unten. Das heißt, das, was hier hinten bei dem Instrument rauskam, ist jetzt hier in diesen Audio-Clip gerendert worden. Wenn ich jetzt das Instrument ausschalte, höre ich genau wie vorhin den gleichen Sound, weil die Effekte Echo und Reverb noch aktiv sind. Wenn ich die nämlich jetzt ausschalte, hört sich das Ganze so an. Das heißt, der Output hier aus dem Instrument kann ich immer noch dynamisch verändern durch Reverb und Delay. So, das ist wichtig zu wissen. Eine andere Sache, die noch wichtig zu wissen ist, der MIDI-Clip, den ich vorhin hatte, der ist jetzt natürlich weg, weil der umgewandelt worden ist. Das heißt, ich muss mir darüber im Klaren sein, dass wenn ich einen MIDI-Clip umwandle, dass die entsprechenden Daten dazu weg sind. Was ich natürlich machen kann, ist, ich sichere mir das irgendwo hin. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, die Umwandlung nochmal zurücknehme, könnte ich zum Beispiel hingehen und den MIDI-Clip hier in eine Szene rein speichern. Und wenn ich jetzt hier nochmal Bounce in Place auswähle, habe ich immer hier noch die MIDI-Daten. So, nehmen wir das Ganze mal wieder zurück. Als nächstes zeige ich dir, wie Bounce funktioniert. Bounce hat den Vorteil, sage ich jetzt mal, dass der MIDI-Clip in einen neuen Audio-Clip in eine neue Audio-Spur gerendert wird. Machen wir das einfach mal. Das heißt, ich wähle jetzt hier Bounce aus und bekomme dann ein Auswahlfenster. In dem Auswahlfenster habe ich jetzt nun mehrere Möglichkeiten. Und zwar kann ich sagen, er soll mir das Audio bouncen aus dem Pre-FX, das heißt, so wie bei Bounce in Place, nur das, was aus dem Instrument rauskommt. Oder Pre-Fader, das heißt, alles, das ganze Audiosignal, was rauskommt, vor den Fader-Einstellungen, also vor dem Lautstärkeschieberegler. Oder nach Post-Fader, das bedeutet, ich bekomme das Signal nach der Fader-Einstellung. Diese zwei Einstellungen haben folgenden Unterschied. Bei Pre-Fader musst du darauf achten, wenn du das mit Pre-Fader machst, dass du die Lautstärke der neuen Audio-Spur entsprechend der Originalspur anpasst. Das heißt, du solltest dort die gleiche Lautstärke eintragen. Das musst du einfach nachjustieren. Bei Post-Fader musst du die Lautstärke der neuen Audio-Spur auf 0 dB setzen. Das ist wichtig zu wissen. Und dann gibt es noch die Custom-Einstellung. Bei Custom-Einstellung kriegt man ein neues Pull-Down-Feld. Und hier kann man wieder ähnliche Werte festlegen. Das Pre-Fix, das kennen wir ja bereits. Jetzt können wir aber anhand der Device-Kette, also Instrument, Reverb und Delay festlegen, an welcher Stelle wir das Audio abgreifen und daraus einen Audio-Clip rendern wollen. Und natürlich hier unten wieder Pre-Fader und Post-Fader. Ich nehme jetzt einfach mal Pre-Fader. So, die Bit-Tiefe von 24 Bit, das ist auch die Bit-Tiefe, die ich generell in meiner DAW in Bitwig eingestellt habe. Mit der arbeite ich. Es gibt natürlich noch 16 Bit und 32 Bit. Intern arbeitet Bitwig anscheinend mit 32 Bit. Aber ich habe mich entschieden mit 24 Bit, weil meine Produktionen müssen jetzt keinen wahnsinnigen Hi-Fi-Standard erfüllen, sodass ich rechtfertigen würde, riesige Dateien zu erzeugen. Also ich gehe auf 24 Bit. Und wenn ich innerhalb meines Projektes Audio umwandle, dann lasse ich Dither komplett aus. Weil Dither ist eine, ich sage mal so salopp, eine Funktion, die beim Runterkonvertieren, das heißt hin zu einer in Anführungsstrichen schlechteren Qualität, zum Beispiel von 24 auf 16 Bit, Signale maskiert, um sie angenehmer darzustellen. Das heißt, bei dem Umwandlungsprozess kommt es zu Verzerrungen und zu Störungen. Die werden mit einem Rauschen dann maskiert. Das ist ein ganz anderes, weiteres Thema. Möchte ich jetzt auch in dem Zusammenhang nicht noch tiefer drauf eingehen. Also einfach, wenn ihr innerhalb eurer DAW Audio konvertiert, lasst Dither auf jeden Fall aus. Wir kommen später nochmal auf ein paar andere Szenarien zu sprechen, wo Dither tatsächlich eingeschaltet werden muss. Und Realtime hat den Hintergrund, wenn externe Geräte, Effektgeräte angeschlossen sind, die einfach in Realzeit Effekte generieren, dann sollte man Realtime auf jeden Fall anmachen, damit das auch ordentlich synchronisiert ist, was dabei rauskommt. So, ich drücke jetzt hier einfach mal auf OK. Ich habe Briefhater eingestellt. Und Bitwig generiert mir jetzt eine neue Audiospur. Und mit der Audiodatei, und wie ich gerade eben erklärt habe, muss ich noch die Lautstärke hier anpassen. Das heißt, ich gucke, was habe ich hier für eine Lautstärke. Das sind minus 4,5 dB. Und dann gebe ich einfach hier, wenn ich es richtig treffe, minus 4,5 dB ein. Das ist die gleiche Lautstärke. Und wenn ich jetzt den direkten A-B-Vergleich mache, ich setze hier einfach mal den Loop korrekt und spiele jetzt vielleicht erst mal das Original ab. Und dann den Bounce. Das ist genau das Gleiche. So, das einzige Problem, was wir jetzt natürlich haben, ist, dass die Gebounce-Datei zwar die Effekte enthält, aber nur bis zum Ende des Clips. Das heißt, schalte ich hier jetzt mal Loop aus und lasse den Clip mal laufen. Passiert folgendes. Zack, weg. Das ist natürlich blöd. Das wollen wir gar nicht haben. Deshalb löschen wir das Ganze nochmal. Und ich gucke mal, wie weit die Effektfahne hier reinreicht. Ich würde mal sagen, sehr laut aufgedreht, vielleicht bis hier. Und jetzt kann ich mit der Maus, wenn du siehst, dass sich der Maus-Cursor hier verändert, du siehst, wie sich der Maus-Cursor verändert, je nachdem, ob ich in der oberen Hälfte der Spur oder in der unteren Hälfte der Spur bin. In der unteren Hälfte der Spur kriege ich wie so einen Cursor. So, wenn ich jetzt linke Maustaste drücke und den nach vorne schiebe, markiert er mir den Bereich. So. Und diesen Bereich, wenn ich wieder einen Rechtsklick hier drauf mache, möchte ich bouncen. Wieder durch das Fenster durch. Und du siehst, dass Bitwig einen längeren Clip, nämlich in der Länge meiner Markierung, erzeugt. Und wenn ich diesen jetzt anhöre, ist auch die komplette Effekt-Fahne drin. Natürlich muss ich hier jetzt noch die Lautstärke wieder anpassen. Das waren 4,5 dB. Oder Das ist nämlich auch genau das, was ich haben möchte. So. Der Grund, warum man das macht, gibt viele, oftmals ist es die CPU oder DSP, wenn die CPU schon sehr überlastet ist. Also nicht so wie hier, wenn die nichts zu tun hat, sondern irgendwo hier das ganze Fenster blau ist und man hört schon, dass der Sound stottert. Und man hat vielleicht viele Effekte und Instrumente und VSTs am Start, die ständig dynamisch Sounds generieren. So, jetzt habe ich aber mein Arrangement zum Beispiel schon so weit, dass ich sage, okay, das steht alles. Ich muss vielleicht nur noch in Details hin und her. Dann kann ich ein Bounce machen in eine neue Spur von den Clips, die wähle ich aus oder mit der Zeitauswahl wähle ich das Ganze aus, erstelle meinen neuen Clips. Und dann kann ich hingehen und die entsprechende Spur, können wir hier machen, deaktivieren. Das heißt, diese Spur verbraucht jetzt keinerlei CPU mehr und sämtliche VST und Plugins und so weiter verbrauchen auch keine CPU mehr und ich spiele nur noch die Audio-Spur ab. Das verbraucht natürlich wesentlich weniger CPU, als wenn die ganzen Instrumente und VST am Start wären. So, als weiteres Schmankerl, wenn ich jetzt ein Arrangement habe mit 20, 40, 80 Spuren, wird das Ganze natürlich etwas unübersichtlich. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, da etwas zu ändern. Zum einen kann ich hingehen und kann sagen, okay, mach mir die Spuren einfach mal halb so groß. Dann kann ich schon mal von dem Arrangement sehen, die ganzen Spuren, wo beginnt was, wie auch immer, sodass ich verfolgen kann, muss ich noch was an meinem Arrangement ändern oder auch nicht. Ich mache das gerade mal wieder groß. Und die zweite Geschichte ist, dass ich die deaktivierten, also die inaktiven Spuren verschwinden lassen kann, verstecken kann. Das ist durch dieses X hier unten. Wenn ich das jetzt anklicke, verschwindet die obere Spur. Ich kann sie wieder erscheinen lassen, indem ich das X wieder aktiviere oder wieder wegpacke. So, und dann habe ich nur die Spuren, die aktiv sind in der Ansicht und kann damit mein Projekt viel, viel besser bearbeiten und habe noch den ganz großen Vorteil, wenn ich jetzt merke, oh, da hätte ich gern irgendwie noch eine andere Variation drin oder ich merke erst nach langer Zeit, ich habe hier irgendwie einen Fehler beim Einspielen gemacht, habe ich immer noch die MIDI-Daten, kann die Spur hier wieder aktivieren oder es geht natürlich auch über Rechtsklick und diesen Eintrag hier, kann dann die MIDI-Daten ändern und kann mir wieder eine neue Audiospur bouncen oder in dem Fall war das natürlich jetzt wieder falsch. Ich brauche natürlich die Zeit, kann den MIDI-Clip wieder neu bouncen hier. So. Kann die Spur wieder deaktivieren, verstecken, na, wo haben wir es? Und wenn ich mir das jetzt anhöre und habe den neuen Audio-Clip hier am Start. So. Zeigen wir mal wieder alles an. So, kommen wir jetzt zum Audio-Export. Der geschieht hier im File-Menü unter der Funktion Export-Audio, wenn ich das jetzt aufrufe, dann bekomme ich natürlich ein Export-Fenster und dieses Export-Fenster ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Hier oben ist alles geregelt mit dem Pfad und dem Namen und so weiter. Dann haben wir auf der Höhe die Tracks. Das heißt, hier kann ich bestimmen, welche Spuren, welche Tracks exportiert werden. Standardmäßig ist die Master-Spur ausgewählt hier. Das sehe ich auch nochmal hier unten. Es wird eine Master-Punkt-Waff erzeugt. Ich kann aber auch einzelne anderen Spuren noch mit exportieren lassen. Und man sieht schön hier unten dann, wie er die entsprechenden Dateien hinzufügt. Kann auch mit STRG A alle auswählen, zeige ich dir mir. Ich gehe jetzt aber nochmal auf die Master-Spur. Auf der rechten Seite hier habe ich die Einstellung von wo bis wo ich exportieren kann. Das heißt, vom Anfang, vom ersten Takt bis hin zum Takt. Das kann ich hier ändern mit dem Mausrad beziehungsweise links klicken und hoch und runter schieben. Oder ich kann das mit STRG Mausklick direkt eingeben, sagen, okay, ich will fünf Takte. Ich kann aber auch sagen, ich will das komplette Arrangement haben. Also das ist wie so ein Shortcut hier. Oder die Loop-Region. Mit dem Loop-Marker oben drüber. Dann die Auflösung 16, 24, 32 Bit. Wenn das jetzt für ein Endgerät ist, für das Telefon, für YouTube oder für irgendeine andere Streaming-Plattform, Peertube oder wie auch immer, dann auf 16 Bit runterrendern lassen und dann Dither benutzen, damit die Signale so gut wie möglich runterkonvertiert werden. Dann haben wir hier wieder den Realtime-Knopf. Das heißt, wenn externe Effektgeräte angeschlossen sind, hatte ich vorhin ja schon mal erklärt. Dann den Prefader, wie bei Bounce & Place und Bounce, wenn ich das Lautstärke-Signal oder die Einstellung des Lautstärke-Signal nicht mitnehmen möchte. Dann habe ich hier noch einen Open Target-Folder. Das bedeutet, sobald er mit dem Rendern fertig ist, öffnet er mir den Dateimanager und zeigt mir die Wave-Datei an. Und zum Schluss bleibt mir dann nur noch OK zu drücken und er rendert es dann an und zeigt mir dann die entsprechende Datei. Wenn mein Dateimanager aus dem anderen Monitor rüber will, da ist er schon und da ist die Master Wave, die jetzt quasi der Export von diesem Projekt ist. OK, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ihr habt was gelernt dabei und über ein bisschen Feedback würde ich mich natürlich freuen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao!